Wenn ihr Eisen, Ketten oder Goldausrüstung habt, schmeißt die nicht einfach so weg, wenn ihr sie nicht mehr benötigt. Denn daraus könnt ihr noch etwas Wert schöpfen, indem ihr die Ausrüstungsteile einfach zusammen mit Kohle in einem Ofen verbrennt. Bei Eisen- und Kettenausrüstung erhaltet ihr jeweils einen Eisen-Nugget zurück. Solltet ihr Goldausrüstung durchschmelzen, so bekommt ihr einen Goldklumpen zurück. Habt ihr dann genug Rüstungsteile zusammengesammelt, die ihr schmelzen konntet, so könnt ihr euch nach bestimmter Zeit mit insgesamt neun Eisenklumpen wieder einen Barren jeweils herstellen und dasselbe gilt natürlich auch für Goldklumpen. Es ist zwar nicht so effektiv, aber dennoch ein nettes kleines Feature.